Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem kleinen Indie-Horror-Game, das wir mal wieder spielen. Und das heißt Last Night ist ein pixelated Horror-Game und bei H.I.O. ziemlich weit oben. Das ist immer ein gutes Zeichen, deswegen springen wir mal rein und gucken, was es so zu bieten hat. 12. Juni 2008, das ist mein erster Tag, dass ich in diesem Restaurant arbeite. Also mein erster Arbeitstag im Restaurant. Okay, R für Pause-Menü, okay, sehr schön, okay. Oben links steht unsere Aufgabe. Es ist wirklich sehr stark pixelated. Ein Glück lade ich das in 4K hoch. Okay, geh zu deinem Arbeitsplatz, ist die Aufgabe. Schöne rote Büsche hier. Kann ich da was lesen? Tatsächlich. Es ist zumindest markiert. Okay, funktioniert nicht. Die Frage ist, wo geht's denn überhaupt zu meinem Arbeitsplatz? Oh, ich kann auch nicht rennen. Gar nichts hier. Haunted Hamburger. Ach, das ist mein Arbeitsplatz. Okay. Oh, schön mit so einem, mit so einem Außenbereich. So einer Außen, was steht da? Lagerhaus. Komme ich da rein? Nein. So, auch nicht. Okay. Wie komme ich denn in Haunted Hamburgers? Ist auch zu. Kriege ich denn eine Einweisung hier am ersten Tag? Ah, ja. Ah, oh, okay. Ah, ja. Oh! Okay. Da ist ja einer witzig, wa? So witzig. Okay. Outdoor sein. Außen, äh, zeig. Mach den, äh, Arbeitsplatz sauber. Und. Stell in die richtige Reihenfolge. Workplace. Okay. Ah. Okay. Oder heißt Putin in Order alles, alles in Ordnung bringen. Kann auch sein, ja. Okay. Ah, hier haben wir Hamburger. Hier haben wir Käse. Hier sieht's ja aus. Muss ich vielleicht alles rausbringen? Auch eine Möglichkeit. Da ist auch ein Knopf. Okay. Oder muss ich das hier ausführen? Roast Meat. Champs Burger Burns. Kannst du nicht lesen. Ah. Viel besser. So, dann gucken wir mal. Muss ich das vielleicht einfach rausbringen? Ah, so wahrscheinlich. Ist wieder so ein Horror-Game. So, äh, bringen, bringen Sachen weg. So, dann machen wir hier alles in... Alles bringen wir hier in Ordnung. Sieht's ja echt schlimm aus. Weg damit. Okay. Ich weiß nicht, was immer dieser VHS-Effekt soll. Also in eure Flaschen. Hat hier was geklopft? Nee, ich glaubst du nur die Musik. Hä? Okay. Turn on exterior signage. Also das Außen... Äh, das Außen-Logo anmachen hier. Wahrscheinlich hier, ne? Outdoor sign. Okay. Bediene alle... Äh, Kunden... ...zu ihrer Zufriedenheit. Okay. Mal sehen. Roast Meat. Cheese. Versuchen wir das einfach mal. Sehr schön. Das ist doch schön. Oh, die Musik ist mir jetzt aber echt zu laut. Machen wir jetzt wieder leise hier. So, zack. Schön ordentlich. Oh nein, eins ist dazwischen gefallen. Hier hubt was. Was muss ich tun? Ah. Hi. Ja. Äh, ich gucke. Warte. Ja, ja. Ich muss Käse drauf tun, ne? So. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Da fällt es echt runter, ey. Burger Burns. Cheese. Cheese. Ähm. Cheese. Oben drauf einfach. Ach so. Burger Buns. Cheese. Okay. Und... Ah, alles klar. Okay. Ja, 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 ja. Wie? Muss ich jetzt rausgehen, oder was? Hier ist er doch. Nimm ihn dir doch. Ja, 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 ich komm. Ich komme. Ich komme. Ich bring ihn dir extra raus, deinen scheiß Burger. Hier hast du ihn. Nimm ihn. Ich weiß nicht, wie das geht. Man muss hier eine Tüte packen. Ich tu ihn erst mal hier rein. Warte, warte. Ich komme sofort. Ich kann leider nicht rennen. Das dauert eine Weile. Verzeih mir. Warte mal, vielleicht gibt es ja Verpackungen hier oder so. Oh, Milch? Nee. Lass mir hier die Tür zu. Das ist das Rezept. Okay. Wie gebe ich ihm sein Scheißteil? Ah, hier sind Tüten. Ah, da. Ah, warte mal. Hier. Burger. Green Donut. Ja, okay. Green Donut. Und Purple. Donut. Ah, alles klar. Endlich Ruhe. So, erst mal ein bisschen aufräumen hier. Hier noch schnell die Tür zu machen. Nicht, dass irgendwas passiert hier. Wie spät ist denn? Ach, die Uhr hängt. Verdammt. Hm. Einen Burger habe ich immerhin noch. Okay, Roast Meat haben wir schon mal. Cheese. Und Patty. Machen wir schon mal einen Fett hier, ne? So, das Problem ist, mir ist jetzt ein Burger hier durchgefallen. Und ich glaube, den kriege ich nicht so schnell wieder. Hm. Ah, erst mal eine Pause. Warnung. Was ist das, die Gastanks hier? Ah, der nächste. Ja, guck mal. Was kriegst du denn? Einen Burger, Milch und einen pinken Donut. Pinker Donut. Die Milch. Und den Burger, den ich schon vorbereitet habe. Hoffentlich muss ich nicht den dritten machen, sonst muss ich das Spiel neu starten. So, guck mal hier. Okay. So, bitteschön. Alles klar. Sehr gut. Make a trip to the warehouse for meat. Ah ja, Fleisch ist alle. Ah, ist das vielleicht extra, dass das Ding da durchgefallen ist? Na, nicht schlecht. Okay, ich muss ins Lagerhaus. Ja, genau. Wo war das nochmal? Das war direkt draußen. Ich muss noch Fleisch holen. Das war hier. Oh. Sehr gutes Fleisch heute im Angebot. Garantiert von glücklichen... Fleischspendern. Da liegt noch eine Hand drin, du. Okay, komm. Warum nicht? Okay. Du warst der Letzte, als Letztes gesehen, dann bist du verschwunden. Und? Und irgendwas anderes. Warum bist du immer noch hier, wo das Spiel schon zu Ende ist? Drücke irgendeinen Knopf, um zum Hauptmeni zurück. Ja, okay. Last Night. Das war meine erste und meine letzte Nacht. Schade, ich wollte eigentlich weiterbraten. Das hat Spaß gemacht. Ja, war ein schönes, kleines Horror-Game. Ich würde sagen, wir spielen hier einfach noch eins. Da war gerade so schön bei Pixel Horror Games. Dann spielen wir jetzt Mannequin. Ein Spiel in einem Kaufhaus. mit, ähm, mit, ja, Puppen. Wie heißen die nochmal? Die haben noch einen speziellen Namen. Wie heißen die nochmal? Kaufhaus-Puppen. Schaufenster-Puppen. Schaufenster-Puppen. Gut. Kleiner Blackout. Jetzt geht's los. Dieser Laden sieht nicht so aus, wie er mir vorgestellt hat. Entschuldigung. Okay. Sollte keine Rolle spielen, dass es schon drei Monate her ist, dass ich die Sachen gekauft habe. Also, okay. Also, sie wollte was umtauschen und konnte nicht, weil das drei Monate her ist und ihr ist eigentlich, ihr ist einfach, ihr ist einfach egal. Ist doch kein Pixel-Horror-Game. Sieht, ähm, sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel. Äh, endlich mal 4K hier. Oh. Was zum Teufel? Okay. Ich muss die Sicherung überprüfen. Ihr seid ja nicht gruselig, oder? Hallo, Mannequins. Merkt euch die Position. Oh, Chuck. Du auch hier. Warum gibt's hier so viele... Was ist gerade passiert? Oh. Hat sie mich verfolgt? Ähm. Muss ich noch weiter nach hinten? Scheiße, wer baut denn so einen Laden? Ist ja das reinste Labyrinth. Nee. Alter, wo ist denn hier der scheiß Sicherungskasten? Ah ja. Abgeschlossen. Ach, jetzt brauchen wir den Schlüssel. Natürlich. Wir werden einfach zweimal hier durch das tolle Kaufhaus gejagt. So, auch echt modische Sachen dabei, ne? So grün. Ja. Was haben wir denn noch? Händen hier. Ganze Anzüge, Kleider. Die mag mich wirklich. Warte, lass mich nur eben den Schlüssel holen. Und das alles um Viertel vor neun, ey. Scheiß Spätschicht. So, jetzt aber. Vielleicht nehm ich ne Abkürzung. Ha. Damit hat sie nicht gerechnet. Oh, sie ist zu schnell. Muss ich weiter angucken. Oh, ist zu schnell. Use A to open. Okay. Okay, wir stelle ich jetzt... Ach, hier. Ich will es reparieren. Klick, klack. Nichts scheint zu funktionieren. Ich werde es durch den Hinterausgang verlassen. Irgendjemand anders soll das morgen... ...reparieren. Oh. Noch mehr Puppen, oder? Schaufenster-Puppen. Äh. Warum? Warum? Okay, das ist in der Tat irgendwie creepy. Irgendwie ist das creepy. Ach, der Ausgang. Was? Was zum Teufel? Nein. Oh mein Gott. Was ist das für ein Ort? Immer wieder landen wir in den Backrooms. Es ist doch nicht zu fassen. Es ist doch nicht zu fassen. Jedes verdammte Spiel endet so. Nicht jedes, aber... Ja, es sind wirklich viele, die schon so geendet haben. Geendet haben? Geendet sind? Oh oh. Oh oh. Da ist der Ausgang. Oh mein Gott. Lasst mich doch in Ruhe. Hahaha. Nein. Es ist eine Verarsche. Wir wurden verarscht. Wo muss ich hin? Wir müssen einen anderen Weg finden. Ah. Okay. Es ist wahrscheinlich auch nur eine Verarsche. Haha. Hahaha. Ich bin bei den Umkleiden. Ich bin bei den Umkleiden. Es ist wieder alles normal. 20.9 Uhr. Hoh. Okay, das war in der Tat wirklich, das hat mich abgeholt, ein bisschen, also war auf jeden Fall das mit den Pumpen kannten wir schon die Backrooms kannten wir auch, aber diese Kombination war jetzt echt ganz nett, also gut umgesetzt wirklich besser als erwartet da habe ich von dem ersten Spiel mehr erwartet okay, gut, ja, heute nur zwei kleine, klitzekleine Indie-Horror-Games vielleicht habe ich ja noch ein drittes, ich gucke mal, ob ich noch ein drittes habe, oh mein Gott das dritte und letzte Spiel für heute heißt Peters Haus und ich glaube, wir müssen Peter helfen bei irgendwas, ich gucke mal eben die Settings viel gibt es da nicht Steve das Telefon klingelt Hallo hier ist Steve von Able Umzug Service wie kann ich dir helfen? Hi Steve, hier ist Peter ich brauche Hilfe bei dem Umzug von einigen Kisten heute Nacht sicher wir können Ihnen definitiv damit helfen können Sie mir ein bisschen mehr Informationen über den Job geben? ja, ich habe ein paar Kisten die ich in mein neues Haus ja, umziehen muss ich bin heute Abend nicht da also wird die Tür unverschlossen sein okay ich kann heute Abend vorbeikommen und kann mich darum kümmern kannst du mir dir eine Adresse geben? sicher meine Adresse ist 619 Hauptstraße Hauptstraße großartig ich werde mich um alles kümmern gibt es irgendwas äh anderes was du noch von uns äh brauchst nein das ist alles vielen Dank Steve äh gern geschehen Peter äh hab einen schönen Abend Sie auch nochmal danke ok seit einige Kisten zu bewegen linke Maustaste zu interagieren rechte Maustaste zum loslassen pick up ok aber wo muss ich sie hinräumen? ich gucke mich erstmal ein bisschen um oh ich dachte gerade was klopft da aber es sind doch meine Latschen ok äh wir haben gerade eben ein Schlafzimmer gehabt das ist die wahrscheinlich Esszimmer das sieht nach Badezimmer aus ok ah der das Kühlschrankzimmer sehr gut und auf der anderen Seite haben wir one or more boxes maybe in the wrong room ich kann nicht gehen ich ok wir müssen später gehen aber wir können gehen Fernsehzimmer Fernseher ist definitiv auch richtig rum ah ein Babyzimmer ok auch mit einem Kreuz drin sehr religiöse Familie bei dem 4 zu 3 ist immer das äh der ja Quadratzimmer erfordert jetzt nicht ganz so viel von dem Bildklau hier mit meiner geilen Person so was haben wir hier Kiste aufnehmen ok diese Kiste muss in das Babyzimmer wo war das Babyzimmer da alles klar balaboom balaboom mach weiter und beweg Kisten scheiß Fernseher ok wir müssen Parkisten umziehen hier steht drauf es muss in die Küche Küche ist das die Küche ist nicht der richtige Ort also das ist das Esszimmer wahrscheinlich dann ist das mit dem Kühlschrank ist wahrscheinlich die Küche ok weiter Boxen bewegen so die Ecke ich muss erst die Ecke fertig machen hier drauf steht kein Platz soll ich sie öffnen ist das Blut auf dem Messer der Verrat eines Freundes Teil 1 ich hätte meinem besten Freund niemals von meiner Ehefrau erzählen sollen es war der Moment der Kümmer ja in dem ich nicht gekümmert habe da ist mir die Zunge ausgerutscht aber was spielt das für eine Rolle er war nur eine weitere Person in meinem Leben der mich nicht verstanden hat der nicht mit der Macht umgehen kann die ich die ich halte als er gefragt hat wo sie war habe ich ganz gewöhnlich geantwortet dass sie beerdigt wurde er hat darüber gelacht und hat nicht verstanden dass ich es todernst meinte aber ich wusste ich konnte nicht meine Chance ergreifen but I I knew I couldn't take any chances ja glaube ich 18. Februar 2023 der Verrat eines Freundes Teil 2 ich habe mich selbst entschuldigt und bin ins Badezimmer gegangen aber stattdessen bin ich in die Küche gegangen und habe ein scharfes Messer gefunden es war sehr einfach genug sich hinter ihn zu schleichen und es in seinen Rücken zu stecken er hat ein erbärmliches Stöhnen raus gelassen bevor er auf dem Boden zusammengebrochen ist ich habe nichts gefühlt als ich ihn habe verbluten sehen es war nur ein weiteres Hindernis das ich entfernen musste eine weitere Person die nicht in meine Welt gehört okay Küche ich denke ich werde sie einfach hier lassen hallo machen wir mal die anderen Kästen ab in die Küche das Badezimmer äh wo war das Badezimmer das war hier links oder ja ja boah der steht bestimmt gleich hier ins Wohnzimmer das wäre dann hier okay dann haben wir hier steht nicht drauf so soll ich öffnen eine Brille ist ein Tagebuch darin das Snoop ich weiß jetzt nicht was ein Snoop ist Snoop Doggy Dog Teil 1 ich war sicher ich habe meine Spuren verwischt aber ihre Schwester ist neugierig geworden hat Verdacht geschöpft eine von ihnen kam vorbei und hat mich persönlich angesprochen und mir gesagt dass etwas nicht stimmt ähm sie war zu neugierig hat zu viele Fragen gefragt also musste ich etwas unternehmen ich konnte nicht da riskieren dass sie ja hier rum hier rum sucht oder ja hier rum schnüffelt ja eine Schnüffler wahrscheinlich also musste ich schnell nachdenken äh ich habe versucht ihr weiß zu machen dass meine Frau nicht da ist unterwegs ist auf einem Trip und ähm dass sie jederzeit zurückkehren könnte aber sie hat es mir nicht abgekauft der Schnüffler Teil 2 sie ist mir zu nah gekommen hat zu viele Fragen gestellt in einem Moment der Frustration habe ich ein schweres Objekt gegriffen und ihr ist über den Kopf gezogen ihre Brille ist von ihrem Kopf geflogen sie ist auf dem Boden zusammengebrochen und hat vor Schmerz gestöhnt oder geschrien sie lag da rum hat nach Luft geschnappt ähm äh ja hat hat an ihrem Hals irgendwie Luft nach Luft geschnappt ähm ich konnte nicht ihre ihr Leiden fühlen äh unter mir während ich äh das Leben aus ihr rausgequetscht habe es war ein kleines Erfolgserlebnis okay ach so grasping 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 for air grasping at her throat okay also er hat quasi sie erwürgt ja okay alles klar das war im Wohnzimmer gehört dann ins Wohnzimmer oder ich lasse es einfach hier ich hoffe ich habe es richtig richtig verteilt dining room bathroom was ist da hinten eigentlich nochmal ach das Babyzimmer okay bathroom ich lasse die auch einmal so direkt da stehen hier bedroom babyzimmer bedroom okay bedroom living room hmm soll ich öffnen dann mache ich die die man öffnen muss erstmal zur seite kitchen sollen wir vielleicht mit allen nochmal machen so pass auf die lassen wir erstmal alle da die heben wir nochmal auf ich bin da hin und dann hatten wir noch eine hier im Wohnzimmer must go to the living room should I open it so die lassen wir erstmal da mein Auge juckt so dining room oh das war es okay guck mal guck mal hier nochmal also I excuse myself to the bathroom I went to the kitchen and found a sharp knife it was easy enough to speak and plug it in his back hmm Badezimmer vielleicht oder Küche vielleicht Küche vielleicht muss das dann in die Küche okay es muss in die Küche ich will sagen Küche so Küche dann haben wir das ich kann mal hmm das war in person you asked me too many questions I couldn't so I had to think fast I tried to convince my wife but she wasn't buying it tja grung pain she lay there I guess hmm keine ahnung wo das vielleicht Wohnzimmer schweres Objekt schweres Objekt so und die letzte Kiste oh Ohring oder so das Ende einer einer Hochzeit ich konnte nicht glauben als sie angedroht hat mich zu verlassen nach all dem was ich für sie getan habe hatte sie äh die Frechheit zu sagen dass wir uns trennen sollen wegen einem kleinen verrückten blöden Hund ähm es ist nicht so dass ich irgendwas Böses gemacht habe sicher ich habe es umgebracht ihn umgebracht den Hund äh aber er hat einfach zu laut gebellt und äh es hat mich wirklich genervt und es ist nicht so dass ich schon mal kleine Tiere vorher getötet habe Tauben Ratten was ist der Unterschied aber sie kam dann nicht nicht klar äh sie hat mich quasi frischer Tat ertappt wie ich den Hund ein Ohr des Hundes in meiner Hand hielt äh wie eine Art Trophäe äh das war der Moment als sie mir mit Scheidung gedroht hat äh ja der Tod einer Heirat ich konnte sie sie nicht mich verlassen lassen ich konnte nicht zulassen dass sie mich verlässt ich musste machen dass sie verstand dass ich hier die Kontrolle hatte jetzt wann auch immer ich diese Ringe anschaue erinnere ich mich da dran wie viel Macht ich doch habe keine Ahnung Papi vielleicht ins Kinderzimmer ich habe ich habe keine Ahnung I think I will leave it here okay gut dann gehen wir mal ne ich meine was haben wir hier noch war eh falsch wahrscheinlich those boxes ich habe doch alle boxes bewegt oder hä one more box maybe in the wrong room ah okay okay living room Wohnzimmer okay living room Wohnzimmer das ist richtig babies room babies room wieso sind das die falschen Orte ich verstehe es nicht gibt es dann hier einen Hinweis der Text äh muss der Hinweis sein bedroom bedroom okay zwei im bedroom vielleicht immer zwei dining room kitchen ah das muss in die kitchen die ganze Arbeit hat mich durstig gemacht ich sollte etwas trinken bevor ich gehe ich will die Kisten noch nicht ah komm lass ich sie einfach hier ist schon okay äh etwas trinken wie trinke ich denn was eigentlich Küche ne vielleicht im Kühlschrank hier ich denke es wird nicht schlimm sein wenn ich etwas von diesem Saft trinke Zeit zu gehen der Saft war bestimmt vergiftet die Tür ist abgeschlossen abgeschlossen soll ich sie öffnen ist das echt verdammt das ist schrecklich der Akt des Verschwindens Teil 1 es war nur eine Frage der Zeit bevor jemand herausfindet dass meine Frau und ihre Schwester verschwinden äh die Schwester die andere Schwester meiner Frau die äh die ich quasi aufgeteilt hatte oder geteilt hatte äh wurde auch ähm äh neugierig und ist zur Polizei gegangen ich wusste ich musste schnell handeln ich habe meine Taschen gepackt und habe die Stadt verlassen aber ich weiß das war nicht genug die ähm Detectives werden mich suchen und fragen Fragen die ich nicht antworten kann also habe ich mir einen Plan ausgedacht ich weiß dass ich nicht einfach verschwinden konnte und habe und auf das Beste hoffen konnte ich äh musste es so aus sehen lassen als wäre ich das Opfer ähm dass ich mit meiner Frau verschwunden bin und ihrer Schwester es war ein riskanter Move aber mir war klar dass es funktionieren würde 19. Februar der Akt des Verschwindens Teil 2 ähm ich fing damit an äh einen Einbruch vorzutäuschen in unserem Haus ich habe ein Fenster zerbrochen und den Ort verwüstet habe es so aussehen lassen als ob jemand eingebrochen ist und uns quasi entführt hat ich habe ein paar Sachen äh ein paar Klamotten hinterlassen zusammen mit anderen persönlichen äh Gegenständen dass es quasi äh ja realistischer aussieht und dann bin ich verschwunden wie auch immer äh um sicher zu gehen dass niemand in meine Nähe kommt habe ich angefangen äh wie man Getränke mit Drogen vermischt ähm ich empfehle nicht dieses also Kondom das Behaviour auch wenn ich dieses achso dieses Verhalten nicht äh ja gut finde macht es dass ich mich ja kraftvoll fühle Drogen ich darf gehen aber ich bin wahrscheinlich voller Drogen muss ich mir Sorgen machen Telefon Scheiße das Licht ist aus ich hoffe die Batterie meines Telefons ist nicht kaputt jetzt kann ich sehen wo ich hingehe ich habe keine Ahnung wo das herkommt ich habe keine Ahnung wo das herkommt äh das klingt als ob es von draußen kommt hier oh das der Fernseher wieder schnauze was das die Tür war doch gerade nicht da oder ja doch es kommt aber von hier wir kommen näher mein Gott endlich mal das Telefonzimmer gefunden hallo was willst du von mir dein Job war es einfach nur die verdammten Kisten zu bewegen und sie nicht zu öffnen Peter's Haus ok nette Idee interessant so in den Sachen anderer rumzuschnüffeln um die gefährliche Geschichte herauszufinden please support this project by rating with 5 stars ja mach ich gleich ja das waren jetzt mal wieder drei Horror Games äh einfach so spontan aufgenommen weil ich immer noch auf Amnesia 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 The Bunker warte das kommt am 6. raus glaube ich und ähm das wird dann wieder ein längeres Projekt und jetzt hab ich gedacht mach ich mal also kürze Sachen gerade so zwischendurch weil alles was ich so noch spielen will oder so ist dann wieder länger und dann überschneidet sich das wieder alles und das will ich nicht mehr also vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal haut rein ciao hoi Amen.